So, heute spielen wir Hab ich oder hab ich nie? Ja, kenn ich. Im Prinzip ist es einfach. Kennt jeder, oder? Von der einen oder anderen Party. Kennt jeder. So, dann fangen wir an. Ich wurde noch nie geblitzt. Doch, auf jeden Fall. Leider viel zu oft. Ich bin noch nie in einen Laden gegangen, um dort mein Album zu kaufen. Doch, hab ich sogar gefilmt. Ja. Ich habe noch nie was Verbotenes getan. Natürlich. Sicher. Ich habe noch nie heimlich WhatsApp-Nachrichten von jemandem gelesen. Ja, doch, hab ich leider. Ach, genau, ich muss mal gucken, was du da so angibst. Bis jetzt hatten wir alles außer eins, glaube ich. Ja. So, ich habe noch nie jemandem eine falsche Handynummer gegeben. Doch, hab ich. Hab ich auch schon, ja. Das ist meistens der einzige Ausweg. Ja. Ich habe noch nie in einem Interview über meinen Beziehungsstatus gelogen. Ähm, ne. Ehrlicher Mensch. Ich war noch nie an einem FKK-Strand. Doch, war ich. Aber nicht, also ich war nicht nackt. Man durfte da auch sich anziehen, also angezogen sein. Okay. Ich glaube, dass da die Leute erst abends hinkommen und dann FKK betreiben. Und irgendwie war ich da vormittags und dann war da nicht so viel los. Okay. Und wieso hast du dich nicht ausgezogen? Ich weiß ja nicht, dass ich mich da nackt hinlege. Come on. Aber der Strand war schön auf jeden Fall. Also kann ich dir empfehlen. Wo war der? Auf Mallorca irgendwo. Naja. Äh, ich habe noch nie jemanden heimlich mit nach Hause gebracht. Heimlich mit nach Hause gebracht? Das heißt, das setzt voraus, dass ich bei meinen Eltern auch gelegt habe. Genau. Ähm, nö. Nein! Ich habe nicht. Ich habe noch nie jemanden betrogen. Doch, habe ich. Oh. Ja. Leider, leider. So, das war es doch schon. Ja, das war es doch schon. Korrekt, Alter. Geil. Abonniert alle hier den Kanal. Radio und, äh, Hamburg. Es steht ja nur Radio drauf. Man weiß ja nie, wo es ausgestrahlt wird. Peace. Lieben Gruß. Tschö. Tschö.